So, guten Morgen! Es ist fünf nach halb sechs. Wir gehen mittlerweile schon wieder Richtung Lofer. Das Gewitter heute Nacht war ziemlich krass. Es waren starke Sturmböden. Ab und zu hätte ich schon geglaubt, dass man die Zeltplane wegreißt, aber es ist wirklich bombensicher da gestanden. Da war ich schon mal sehr froh drum. Heute in Lofer werde ich dann noch ein paar Sachen nach Hause schicken, wie zum Beispiel meine Kopfhörer und den Selfie-Stick. Der Selfie-Stick war im Grunde genommen eine Fehlinvestition. Im Grunde genommen reicht mein Arm als Selfie-Stick aus, wie es jetzt auch ist. Ja, es ist ziemlich, nicht ziemlich weit nach Lofer. Es sind jetzt zehn Kilometer. Dort werde ich schauen, ob ich eine Herberge finde, weil heute soll es doch recht gewittrig werden. Noch einmal mit dem Zelt irgendwo draußen schlafen wäre, glaube ich, jetzt nicht so toll. Wenn es nicht anders möglich ist, werde ich es natürlich tun. Bis dahin wünsche ich einen angenehmen Start in den Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.